Information zu IC 2273 nach Berlin-Südkreuz über Waren, Abfahrt 15.52 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist eine technische Störung an einem anderen Zug. Wir informieren Sie über Alternativen. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten S1 nach Rostock Hauptbahnhof, Abfahrt 16.03 Uhr von Gleis 3, heute ohne Halt in Warnemünde-Werft, Rostock-Lichtenhagen, Rostock-Lütten-Klein, Rostock-Evershagen und Rostock-Marienehe.